Herzlich Willkommen zu den Online-Medien-Knowledge-Nuggets, heute mit dem Thema Usability. Dabei wird es in der ersten Folge zu diesem Thema um die Grundlagen von Usability gehen, also im Grunde, was ist Usability? Usability, da stecken ja schon die Wörter Use, Brauchen, Gebrauchen und Benutzen, Ability, Fähigkeiten drin. Also im Grunde geht es um die Benutzbarkeit in unserem Kontext von digitalen Medienprodukten. Etwas genauer regelt das die ISO-Norm 9241. Die Usability eines Produktes als das Ausmaß bezeichnet, in dem es von einem bestimmten Benutzer verwendet werden kann, und zwar um bestimmte Ziele in einem bestimmten Kontext effektiv, effizient und zufriedenstellend zu erreichen. Damit wird schon deutlich, dass es die Usability im Grunde nicht gibt, denn die Gebrauchstauglichkeit, Gebrauchsfähigkeit eines Produktes ist abhängig von der jeweiligen Zielgruppe, den intendierten Zielen und dem Nutzungskontext. Die Kernbegriffe sind dabei zum einen die Effektivität, also das heißt, wie genau und vollständig kann ein Ziel erreicht werden, die Effizienz, also welchen Aufwand muss ich betreiben, um ein gesetztes Ziel auch zu erreichen, und die Zufriedenheit, das heißt, mit wie viel Spaß, wie viel Freude benutze ich das Produkt. Wenn wir uns jetzt die in unserem Kontext relevanten Online-Medien angucken und speziell jetzt einen Web-Auftritt, dann wird Usability im Grunde in drei Bereichen definiert. Zum einen im Content-Design, also die Aufbereitung und Auswahl des Inhalts. Dann das Site-Design, also wie gelingt es mir, die Inhalte, die ich online kommunizieren will, in einer komplexen Web-Präsenz strukturell und inhaltlich aufzubereiten. Und letztlich runtergebrochen auf die einzelne Seite, wie gelingt es mir, die einzelne Seite in einzelnen Screens möglichst optimal benutzbar umzusetzen. Usability-Gefahren, also das, was passiert, wenn es mir eben nicht gelingt, eine möglichst optimale Gebrauchstauglichkeit, Gebrauchsfähigkeit, Benutzbarkeit herzustellen, ist Ablenkung, also man kann sich irgendwie nicht auf den Inhalt konzentrieren, Orientierungslosigkeit, Nutzer fragen sich, wo sind sie eigentlich gerade. Daraus resultiert Ratlosigkeit, Frustration, und das sind vermutlich Erfahrungen, die Sie ebenfalls schon mal gemacht haben, wenn Sie auf einer Seite zum Beispiel nach einem Kontakt gesucht haben und irgendwann a, nicht mehr wussten, wo auf dieser komplexen Web-Präsenz befinden Sie sich gerade und b, genervt waren, weil Sie schon viel Zeit investiert haben, ohne das von Ihnen gewünschte Ziel zu erreichen. In diesem Zusammenhang gefällt mir das Zitat von Raskin sehr gut, der sagt, soweit es den Verbraucher betrifft, ist die Benutzeroberfläche das eigentliche Produkt. Ein Beispiel, das das für mich ganz gut visualisiert, sind die Produkte von Microsoft und Apple. Microsoft hat lange vor Apple erste Tablet-Entwicklung auf den Markt gebracht, hat lange vor Apple ein Smartphone und mit dem Betriebssystem Windows Mobile auf den Markt gebracht, aber erst mit dem Apple-Produkt und einer Benutzeroberfläche, die offensichtlich für die Mehrheit der Nutzer intuitiv bedienbar war, hat sich dieses Produkt durchgesetzt und macht damit wirklich deutlich, wie groß die Bedeutung von Usability im Zusammenhang mit digitalen Produkten ist. Was macht jetzt eigentlich Usability aus? Im Grunde können wir bei den Usability-Aspekten drei zentrale Aspekte unterscheiden. Das erste ist die menschliche Wahrnehmung. Sofern wir menschliche Wahrnehmung als Informationsverarbeitung verstehen, spielt entsprechend die Informationsaufbereitung eine große Rolle. Wir reden hier von Farben, Flächen, Zeichen, der Semantik, aber eben auch Aspekte, die die Aufmerksamkeit betreffen, also zugrunde liegende Motivdispositionen der Nutzer, die Motivation der Nutzer. Wenn wir uns Informationsverarbeitung ein bisschen näher anschauen, dann wird deutlich, Wahrnehmung über Sinnesorgane ist eben nicht leicht zu setzen mit Informationsaufnahme. Erst aus der Verarbeitung der Sinneseindrücke, also der Dinge, die ich höre, sehe, die ich fühle, können Informationen generieren. Und dieser Prozess ist selektiv. Dabei hängt es zunächst von den Vorerfahrungen ab, mit denen jemand einem Produkt begegnet. Das kennen Sie selber, wenn Sie beispielsweise gewohnt sind, ein Android-Mobiltelefon zu benutzen und nun ein Apple-Device in die Hand nehmen, müssen Sie sich neu orientieren, müssen Sie sich reindenken und umgekehrt. Sie haben bestimmte Erwartungen, mit denen Sie einem Produkt begegnen. Sie haben eine bestimmte Einstellung, also eine gewisse Affinität beispielsweise zu den vielleicht zuvor genannten Produkten aus dem Hause Apple oder Microsoft. Damit sind Emotionen verbunden, die wiederum auch kontextabhängig sind. Wann, wo, zu welcher Tageszeit, in welchem Umfeld begegnen Sie diesem Produkt. Und am Ende des Tages spielen natürlich auch physiologische und kognitive Aspekte eine Rolle. Schon so ganz banale Dinge wie, gut kann beispielsweise jemand gucken oder hören. Der zweite Bereich sind die technologischen Aspekte. Zum einen, wo befindet sich mein Arbeitsplatz? Denken Sie an Ihr Mobiltelefon und was für ein Unterschied das ausmacht, ob Sie irgendwo an einem ruhigen Ort im Schatten oder vielleicht auf der Mönchembergstraße in der Mittagssonne stehen. Die Ein- und Ausgabegeräte spielen eine Rolle. Wie groß ist der Bildschirm, habe ich eine Tastatur zur Verfügung, habe ich eine sensitive Oberfläche, arbeite ich mit der Maus? Das alles spielt bei der Benutzbarkeit mit hinein. Den dritten Bereich machen schließlich soziologische Aspekte aus. In welchem Kulturkreis begegnet jemand einem Produkt? In welchem Alter? Mit welchem Bildungsstand? Mit welchem Geschlecht? Beim Thema Kulturkreis sind digitale Spiele in meinen Augen ein sehr schönes Beispiel. Es gibt kaum digitale Spiele, die global funktionieren. Es gibt Spiele, die funktionieren im asiatischen Raum. Es gibt Spiele, die im angloamerikanischen, europäischen Raum funktionieren. Und World of Warcraft ist meines Wissens die einzige Ausnahme, die in beiden Kulturkreisen gleichermaßen erfolgreich ist. Hier spielen ganz, ganz viele Dinge eine Rolle. Beispielsweise von der Bedeutung einzelner Farben bis hin zu Lesegewohnheiten links, rechts und so weiter. Das Feld ist hier sehr vielfältig. Wenn man jetzt versucht, das Thema Usability weiter zu systematisieren, dann stellt man fest, dass es verschiedene Ebenen gibt, auf denen sich Usability konkretisieren lässt. Die erste Ebene ist die Funktionsebene. Was ist die Zielsetzung einer Anwendung? Die zweite Ebene ist die Technik. Da hängt es dann mit der Kompatibilität zusammen. Ist das plattformübergreifend nutzbar? Welche Hard- oder Softwarevoraussetzungen sind gegeben? Während die dritte Ebene sich auf die Gestaltung bezieht, ist die Gestaltung konsistent. Also zieht sie sich durch den gesamten Auftritt, das gesamte Produkt einheitlich hindurch? Ist sie verständlich? Farbgebung, Raumaufteilung, der Informationsgehalt. Sie wissen beispielsweise, das Lesen am Bildschirm unterscheidet sich maßgeblich vom Lesen analoger Dokumente. Dabei spielen insgesamt sieben Bereiche eine zentrale Rolle. Text und Sprache, die Navigation, Transaktion, Accessibility, Multimedia, Hilfestellung und Design und Struktur. Und das schauen wir uns noch einmal näher an. Bei Text und Sprache geht es vor allen Dingen um die Angemessenheit der Sprachwahl für die jeweilige Zielgruppe. Mal ganz unabhängig von den speziellen Anforderungen des Lesens am Bildschirm generell. Also Sprach, Code, Semantik, Satzbau spielen hier eine Rolle. Denn Sie können sich vorstellen, es macht einen Unterschied, ob ich eine Information für Kinder und Jugendliche oder Erwachsene bereitstelle. Dabei spielt der Text, Zeilenlängen, Strukturierung, Absätze in der Gestaltung eine große Rolle. Je mehr Informationen ich bereitstelle, umso wichtiger wird die Navigation zwischen den verschiedenen Informationsbereichen, verschiedenen Informationsinhalten. Und dabei sind im Grunde drei Dinge wichtig. Zunächst erstmal muss der Nutzer immer wissen, wo befindet er sich gerade innerhalb des jeweiligen Angebots. Das Tracking spielt eine Rolle. Er muss nachvollziehen können, wo war ich bereits. Und welche Möglichkeiten ergeben sich nach vorne gerichtet. Das Thema Transaktion spielt eine wichtige Rolle. Generell sollen natürlich Lade- und Reaktionszeiten möglichst schnell sein. Das ist klar. Aber man kann natürlich auch mit der Visualisierung eines Transaktionszustandes den Nutzer informiert halten, dass er eine Vorstellung hat, wie lange dauert etwas noch. Und er auch das Gefühl hat, es passiert auch etwas. Das heißt, der Status der Transaktion bleibt und muss erkennbar sein. Und schließlich sollte der Status einer Umgebung auch immer erkennbar sein. Sie kennen das üblicherweise auf Webseiten, dass bestimmte Bereiche ausgegraut sind, sofern sie nicht angeklickt werden können, weil sie in einem bestimmten Kontext gerade nicht relevant sind. Das ist eine Hilfestellung, um beispielsweise das vergebliche Klicken auf Bereiche zu verhindern, was zwangsläufig dann wieder mit Orientierungslosigkeit und Frustration verbunden wäre. Der vierte Bereich ist die Accessibility, Erreichbarkeit. Das heißt, ich muss erst mal definieren, was die Voraussetzungen eigentlich sind, um auf einen bestimmten Inhalt zugreifen bzw. sie nutzen zu können. Also brauche ich beispielsweise bestimmte Plugins. Flash ist Ihnen bekannt, Unity für 3D-Anwendungen. Das gilt es zunächst zu definieren. Insgesamt muss man bei der Begriffsverwendung ein bisschen aufpassen, weil der Begriff der Accessibility vor allen Dingen auch verwendet wird, um die Nutzungsmöglichkeiten von Menschen mit Behinderungen zu beschreiben. Nichtsdestotrotz in dieser Doppeldeutigkeit findet er in Literatur Verwendung. Der fünfte Bereich beschreibt die Multimedia oder das Multimedia-Angebot einer Online-Anwendung, dass man sich überlegt, was ist den Zielgruppen- und Zielsetzungsrelevant bei der Auswahl und Kombination bestimmter Medientypen. Nicht alles, was blinkt, blitzt und interaktiv scheint, ist in Bezug auf ein gesetztes Ziel tatsächlich auch ein Mehrwert. Auch wenn der generelle Anspruch sein sollte, intuitiv benutzbare Oberflächen herzustellen, gibt es durchaus die Notwendigkeit, auch Hilfestellungen anzubieten. Diese können sich auf die Inhaltsebene, die Interaktionsebene oder auch die mediale Ebene beziehen. Mögliche Lösungen, einige davon haben Sie sicher selbst auch schon genutzt, sind beispielsweise ein Glossar, eine FAQ-Seite, die Dokumentation einer bestimmten Anwendung oder Tooltips, die beispielsweise via Mouse-Over verfügbar sind. Last but not least kommen wir zum siebten Bereich, Design und Struktur. Dabei geht es eben mehr als nur darum, schöne Oberflächen herzustellen, sondern vor allen Dingen benutzbare Oberflächen. Wenn Sie hier an das Zitat vom Anfang denken, soweit es den Verbraucher betrifft, ist die Benutzeroberfläche das eigentliche Produkt, wird entsprechend die Bedeutung von Design und Struktur evident. Mit Waschzetteln sollte man in diesem Bereich ja immer etwas vorsichtig sein. Trotzdem will ich das zum Abschluss versuchen. Also gutes Design setzen Sie einfach, ästhetisch, unauffällig um und hinsichtlich der Struktur gehen Sie auch möglichst einfach vor, um eine hohe Übersichtlichkeit zu gewährleisten und das Ganze eben möglichst konsistent. So viel zur Einführung in das Thema Usability für heute. Fortsetzung folgt. Fortsetzung folgt.